Guten Tag, ich bin Polizeihauptkommissar Uwe Müller. Hier ausgewählte Presseinformationen der Polizeiinspektion Eisenach aus der Zeit vom 15. bis 24. Januar 2011. Unfallflucht, Zeugen gesucht, Eisenach. Zu einer Unfallflucht kam es bereits am 15. Januar zwischen 10 und 11 Uhr vor dem Steigenberger Hotel Thüringer Hof. Ein 34-jähriger Eisenacher hatte seinen Pkw-VW dort abgeparkt. Als er ihn wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parklücke den linken Frontbereich beschädigt hatte. Der Schaden wurde mit 1000 Euro angegeben. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den eingetretenen Schaden zu kümmern. Da sich bis zum jetzigen Zeitpunkt niemand gemeldet hat, sucht die Polizei jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. VW-Zeichen lehnt er am Kühler, Eisenach. Am 17. Januar 2011 gegen 19 Uhr hatte ein Eisenacher seinen Golf auf einer Stellfläche am Schlossberg abgestellt. Als er sich am nächsten Morgen gegen 9 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug begab, fand er das VW-Logo herausgebrochen am Kühlerleben vor. Es ist davon auszugehen, dass der ca. 300 Euro Sachschaden durch ein anderes, unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken verursacht wurde. Ein Eisenacher begab sich am Dienstag gegen 7.15 Uhr zu seinem Renault, den er tags zuvor gegen 23 Uhr auf eine Parkfläche in der Nähe der Grundschule in der Karl-Marx-Straße abgestellt hatte. Losfahren konnte er jedoch nicht, denn aus allen vier Reifen hatte ein unbekannte Täter die Luft herausgelassen. Auf welche Art und Weise ist noch nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Unfallflucht in Settelstedt, Hörselberg-Heinig. Am 19. Januar gegen 22 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW-Polo die Landesstraße von Mechterstedt kommend. In der Ortslage Settelstedt fuhr er in einer Linkskurve, als ihm ein unbekanntes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß auszuweichen, lenkte der junge Mann seinen VW nach rechts. Dabei kollidierte er mit der Bordsteinkante und beschädigte dadurch das rechte Vorderrad. Der unbekannte Pkw fuhr weiter, obwohl er den Unfall mitbekommen haben musste und ohne sich um den Polofahrer und dessen Fahrzeug zu kümmern. Der Schaden am Polo wurde mit 100 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen dieser Unfallflucht. Abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Eisenach. Ein 27-jähriger Eisenacher parkte seinen Pkw Zitrön in der Zeit vom 18. Januar 22 Uhr bis 19. Januar 6.10 Uhr in der Stettfelder Straße im Bereich der Buswendestelle. Als er seinen Zitrön wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen seinen Pkw gefahren war. Er stellte Beschädigungen am Radkasten, der Tür sowie des Schwellers auf der linken vorderen Seite fest. Eine Nachricht vom Unfallverursacher fand der Zitrönfahrer nicht vor. Die Polizei sucht auch hier Zeugen der Unfallflucht. Die hier genannte Unfallflucht liegt bereits mehrere Wochen zurück. Da sie aber bis zum jetzigen Zeitpunkt niemand meldete, bittet die Polizei darum, dass Zeugen sich zu dieser Unfallflucht melden. In der Zeit vom 15. Dezember 2010 bis zum 13. Januar 2011 beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug vor dem Brühl eine Straßenlaterne. Das unbekannte Fahrzeug fuhr dagegen und verbog diese. Der oder die unbekannte Fahrer bzw. Fahrerin fuhren weiter, ohne sich um den eingetretenen Schaden zu kümmern. Dieser wurde durch die Stadt Treffort mit etwa 1.280 Euro angegeben. Scheinwerfer eingeschlagen, Eisenach. Ein 66-jähriger Eisenacher stellte seinen VW Golf auf dem Parkplatz in der Julius-Lippold-Straße vor einem Einkaufsmarkt am 19. Januar zwischen 9.30 Uhr und 10.45 Uhr ab. Als er zum Golf kam, sah er das Unbekannte mit einem unbekannten Gegenstand, das Glas des linken Scheinwerfers, beschädigt hatten. Der Schaden wurde hier mit etwa 300 Euro angegeben. Pkw zerkratzt, Eisenach. Ein 34-jähriger Eisenacher stellte seinen Firmenwagen, ein Zitrönen-Berlingo, in der Zeit vom 18. Januar 23 bis 19. Januar 9 Uhr in der Mühlhäuser Straße vor der Hausnummer 40 ab. Als er ihn wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand das Fahrzeug ringsherum zerkratzt hatten. Der Schaden hier wurde mit 200 Euro angegeben. Wie frech ist das denn? Eisenach. Ein 46-jähriger Eisenacher parkte am 20. Januar gegen 13.20 Uhr kurzzeitig auf dem Karlsplatz am rechten Straßenrand vor dem Eingang des Steigenbergers Hotel Thüringer Hof mit seinem Pkw Zitrön. Er stand am Straßenrand in unmittelbarer Nähe seines Pkw und unterhielt sich mit einem Bekannten. Gegenüber auf dem Parkplatz des Hotels fuhr plötzlich ein Pkw Mini rückwärts aus der Parklücke auf die Straße und huschierte mit seinem Heck die Stoßstange des Zitröns. Der oder die Fahrerin gab dann wieder Gas und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am Zitrön wurde mit über 600 Euro angegeben. Pkw beschädigt. Hörschel. Ein 22-jähriger Eisenacher besuchte einen Bekannten am 21. Januar zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr in der Mühlenstraße. Er stellte seinen Pkw Deju auf der Straße ab. Als er nach einer halben Stunde wieder wegfahren wollte, bemerkte er, dass ein unbekanntes Fahrzeug sein Deju am linken Kotflügel beschädigt hatte. Der Unfallgegner verließ die Unfallstelle, ohne sich um den eingetretenen Schaden, der mit etwa 1.000 Euro angegeben wurde, zu kümmern. Böller explodierte auf dem Dach. Gerstungen. Aus dem Schlaf wurden am 22. Januar gegen 2.30 Uhr Bewohner im Oberfeld gerissen. Ein Böller war auf einem angrenzenden Dach gelandet und explodiert. Durch die Wucht der Explosion wurde eine Dachziegel und die Dachrinne beschädigt. Es wurde sogar ein Stück der Dachrinne abgerissen und Splitter von dieser bohrten sich in die Hauswand und beschädigten diese ebenso. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde mit etwa 150 Euro angegeben. Die Polizei sucht auch hier Zeugen der Tat. Mazda angefahren und dann geflüchtet. Eisenach. Ein 39-jähriger Eisenacher hatte sein Mazda in der Zeit vom 22. Januar 14.50 bis 23. Januar 12.15 Uhr in der Ackerstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. In der Höhe der Garagenanlage vor dem Haus Nummer 81 geparkt. Als er seinen Mazda wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug seinen Pkw beschädigt hatte. Am Mazda war der vordere linke Fahrzeugbereich zerkratzt. Der entstandene Schaden wurde mit 1000 Euro angegeben. Spiegel beschädigt Eisenach. In der Zeit vom 22. Januar 23 Uhr bis 23. Januar 14.45 Uhr hatte eine 20-Jährige aus dem Unstruth-Heinig-Kreis ihren Pkw VW Polo am Stadtweg abgestellt. In dieser Zeit wurde ihr linker Außenspiegel beschädigt. Der Schaden hier wurde mit etwa 300 Euro angegeben. Einbruch in Schreibwarenladen. Berger-Werra. Unbekannte Täter versuchten in den späten Abendstunden des 23. Januar gegen 23.45 Uhr in der Wildecker Straße in einen Schreibwarenladen einzudringen. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Entwendet wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchsversuches und fragt. Wer hat am 23. Januar 2011 zwischen 23 Uhr und 0 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Wildecker Straße gesehen? Tötungsdelikt in Herder. Am Freitag, den 21. Januar, gegen 21 Uhr kam es infolge eines Beziehungsstreites zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 39-jährigen Familienvaters. Der flüchtige Täter, 18 Jahre alt, konnte im Zuge polizeilicher Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Durch das Amtsgericht Eisenach wurde Haftbefehl erlassen und der junge Mann sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. Hinweise zu allen oben vorgestellten Fällen nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691 2610 oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen. Wir danken für Ihre Mitarbeit und wünschen Ihnen eine sorgenfreie Woche. Ihr Polizeihauptkommissar Uwe Müller Dumpf 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 Dump